Hallo Freunde auf unserem Kanal. Wir zeigen euch heute ein Video von der Playmobil Imkerin. Und zwar, das ist ein sehr schönes Set. Hier ist einmal die Imkerin mit ihren Sicherheitsschuhen und Begleitung. Da hat sie eine Kiste. Die Kiste ist im Moment leer. Die ist leer. Da ist der Smoker. Der Smoker ist dazu da, dass man die Bienen beruhigen kann. Und da sind die Honiggläser. Aber die Honiggläser kommen erst am Ende. Das ist der Bienenstock. Also ist das ein Gebüsch mit zwei Schmetterlingen. Die Kiste haben wir schon besprochen. Das ist der Bienenstock. Der sieht so aus. Da ist das Dach vom Bienenstock. Und das sind die Waben, wo die Bienen drin hocken. Und so weiter. Das sieht so aus. Von der Seite. Und so. Und von oben so. Jetzt haben wir das da wieder dran. Ups. Lässt sich das jetzt dran machen oder nicht? Ja, machen. Ist jetzt egal. Jetzt hat. Das ist auf jeden Fall das ganze Set. Das hat so um die 18 Euro gekostet. Das haben wir bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Nee, nicht bei Ebay. Bei dem Playmobil Online Shop. Ja, Playmobil Online Shop. Das hat insgesamt so 8 Euro gekostet oder so. Ich weiß es nicht mehr. So 18 Euro. Hast du noch die Artikelnummer im Kopf? Nein. Nicht mehr. Nein. Den Karton, das haben wir jetzt schon lange, die Imkerin. Und wir haben immer nur vergessen, ein Video damit zu machen. Die haben wir, glaube ich, schon ein Jahr. Auf jeden Fall. Wir haben die jetzt satt. Und wir haben ein Video gemacht. Dann bis nächstes Mal. Tschüssi. Dann bis nächstes Mal. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020